Betrachtet man die Erde aus dem All, deutet nichts auf ihr heißes Innenleben hin. Der blaue Planet wirkt eher kühl, doch das täuscht. Der Aufbau der Erde gleicht dem eines Pfirsichs. Ganz oben eine hauchdünne Schale, die Erdkruste, nur etwa 35 Kilometer dick. Darunter das Fruchtfleisch, die dicke Schicht des Erdmantels aus zäh fließendem Gestein. Dieser Abschnitt reicht rund 2.900 Kilometer tief und die Temperatur steigt auf bis zu 3.500 Grad. Danach kommt der äußere Erdkern, eine flüssige Schmelze aus Nickel und Eisen. In rund 5.000 Kilometer Tiefe beginnt schließlich der feste, innere Kern aus demselben Material. Hier ist es mit über 5.000 Grad heißer als auf der Sonnenoberfläche. im 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 im